Es ist aber auch wichtig, das Alter zu beachten. Ich vermute, die meisten von euch sind noch keine 16 Jahre alt, oder? Hm, nein. Soweit ich weiß, müssten fast alle unter 16 sein. Okay, für Foto- oder Videoaufnahmen benötigen alle unter 16 nach dem neuen EU-Datenschutzrecht von ihren Eltern eine Einverständniserklärung. Jugendliche ab 16 Jahren allerdings dürfen das Einverständnis selbst erteilen. Wie so eine Einverständniserklärung konkret aussieht, seht ihr unter diesem Link. Alles klar. Okay, vielen Dank euch beiden. In Zukunft achte ich jetzt mehr darauf, von wem und vor allem, ob ich überhaupt Bilder von den Personen ins Netz stellen darf. Bis zum nächsten Mal.